So, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Batman Arkham Origins. Oh, haha, die sind ja cool. Ach du meine Güte, was ist da denn los? 20 Gegner. Na, gerade ein paar Frame-Einbrüche. Aha, die kloppen sich da also gemütlich aufs Maul. Cool, da geht Papa jetzt mal hin. Müsst ihr nicht schon längst im Bett sein, Jungs? Nein, geh weg. Und ciao, Jungs. Nein. Geh weg hier. Was haben wir denn hier noch? Klebe soll er haben. Nein. Weg den Kasten hier. Und das Schild übrigens auch. Ah, weg mit dem Kasten. Ah, scheiße. Direkt reingehüpft. Ich dachte, den krieg ich noch, bevor der wirft. Da hast du deinen Kasten. Ja, weißt du Bescheid, Junge. Nein. Geh weg, du Kackenlinier. Mann. Sei doch mal ruhig jetzt. Ah, liegt mit dem Schild, ey. Geh weg. Ah, mit drei Leuten in der Klemme, ey. Oh ja, das wird wehtun, mein Freund. So. Multiboden ausschalten. Hey, moin. Na du? Aua. Ah, verdammt. Das habe ich befürchtet. Was du das gerne tun möchtest. So. Kopp los, Junge. Vergiss das. Ah. Wie mit dem Kackschild hier. Geh mal weg. Ah. Au. Ah. Mann. Ah. Der Sack. Weg mit dem Schild. Weg mit dem Schild. Ah, der Sack. Na du? Na du? Na du? Okay, Freund. Aus. Gibt aufs Maul. Oh, Hilfe. Da kannst du auch gar nicht so viel bei reden, ey. Die machen einen echt fertig. 20-Gegner-Bedrohung. Extrem. Identität unbekannt. Zustand. Verstorben. Erschlagen von der Matratze. Oder vom Kissen. Man weiß es nicht. Stufenaufstieg. Was haben wir denn abgeschlossen? Die Nahkampfverbesserung. Unsichtbarer Jäger. Oder Unterstützung. Ups. Was haben wir da denn noch? Die haben wir, glaube ich, auch alle, ne? Erschütterungszünder. Explosionsradius. Badclaw. Ja, das haben wir alles. Dann gehen wir mal zum unsichtbaren Jäger. Erhöhte Betäubungsdauer. Ernährungszünder für Klebegranaten. Ich will eigentlich, dass die direkte Wirkung zeigen. Anzahl der Spulengeschosse erhöhen. Das war ganz cool. Hier konnten wir mit Spulengeschossen die Gegner jetzt aufhängen. Das möchte ich wohl gerne ein paar Mal öfter machen. So. Dann haben wir das auch. So, wo geht's hier hin? Restricted Access. Panoptikum. Da müssen wir ja immer noch hin. So. Insane Aslan. Überall hier rumgeschmiert. Hey, Kollege. Na? Zehn Gegner. Hinten. Okay. Was haben wir hier in der Ecke noch? Irgendwas tolles? Tür. Oh, Hundi. Hallo, Hundi. Na du? Ja, der Hund, der ist ein bisschen... Er hat schon noch kein Frühstück. Ach du meine Güte. Hier, schön den Farbeimer auf dem Kopf. Zehn Gegner. Also noch eine Runde in den Ring. Oh. Und da ist auch wieder ein großer Mindestens dabei, wa? Ey. Mahlzeit. Au. Geh weg. Oh, Glück gehabt. Na. Vergiss das mal. Hier, wir müssen ausweichen. Aua. Au, 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 au. Geh weg. Ah, verdammt. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Ah, lass das. Ah. Was will er denn hier? Mann. Geh weg hier. Wer hat hier ne Knarre? So, Freunde. Aufs Bein und ins Genick. Nein. Und du nimmst mal deine Drogen hier weg. Und du nimmst die Knarre weg. Au. Ah. Was ist das? Vorbeinigst du selber. Ja, das glaub ich dir. Aua. Hier haben wir die Schockhandschuhe, Freunde. Na? Wer möchte nochmal? Mit den Drogen. So, wer möchte denn nochmal? Hallo? Du noch? Na, komm. Roms. Uppercut. So. Bedrohung extrem. Ah, das ging ja noch ein bisschen. Zehn Gegner. Ah, hier wieder Waffenkisten. Da hatte der Typ die Knarre her. So, da müssen wir hin. Mal hier irgendwas übersehen. Ach, du meine Güte. Freakshow. Lass ihn gehen. Ich, ich verstehe dich. Du hattest die Chance, mich sterben zu lassen und hast sie nicht genutzt. Du wünschst dir bestimmt gerade, das hättest du. Ich habe getötet. Massenhaft. Die Stadt in die Knie gezwungen. Die Polizei gelähmt. Und es ist noch nicht mal Zeit, die Geschenke auszupacken. Haha. Knauze. Dann tun wir es. Okay, okay. Also, was unser Freund Bane in der Hand hält, ist ein Herzmonitor. Sobald er ihn anlegt, lädt jeder Schlag seines leeren kleinen Herzens die Batterie. Dieses elektrischen Stuhls auf. Und wenn sie vollgeladen ist. Oie, 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 oie. Also entweder tötest du Bane. Nein, das tue ich nicht. Das wirst du. Du wirst mit vollem Einsatz kämpfen. Oder du stirbst. Irgendjemand wird heute sterben. Du, ich oder der Clown. Wer von uns dreien es sein wird, liegt in deiner Hand. Was für eine gemeine Zwickmühle. Jetzt nacheim und würde den Tod seines Dieners und dem Slag Gefährt übertragen. Au, au. Was macht der da? Der Sack. Auweia. Ah, der Sack. Zack, bumm. Au, au. Au, au. Oh, oh Gott, oh Gott. Aua. Nein. Ah, lass das. Ah. Vergiss es. Ah, der Sack. Oh Gott. Er macht diese Angriffe, die man nicht blocken kann. Ah, ist er. Ah, so. Oh Gott, der kriegt ja gar nichts abgezogen, der Junge. Oh Gott. Nein. Ah. Ich hack auf die Leertagse hier. Mach' ne Güte. Umgehend, wenn ich ehrlich bin, umgehend. Oh Gott. Was macht er denn da? Und Niederschlag. Ah, ausschalten. Oh Gott, ouch. Lass das. Oh Gott. Hilfe. Oh, Hilfe. Ach, und ihr habt mich wieder gepackt, oder was? Sack. Autsch. Oh, weia. Nicht bewegen. Vielleicht solltest du dich nicht bewegen. Oh. Großer Gott. Vorsicht, Jim. Der Stuhl ist scharf. Das sind 2000 Volt. Das überleben sie nicht. Sie müssen nicht. Ah, ha, ha, ha. Jim. Jim, Jim, Jim. Setz dich, Jim. Und wir braten gemeinsam wie zwei kleine Kartoffel-Tofa. Ach, ganz toll. Ui, ui, ui. Oh, der haut ein... Aua. Hier sind ja immer noch die anderen. Ah, ganz toll. Diese Katzi. Die Schockernschuhe oder Ultra betäuben können... Was? Banes? Was? Maschine auf dem Rücken schocken. Ach, komm. Das haben wir gesehen. Ich kann mich jetzt herzgurtzeitig anhalten. Das ist meine einzige Chance. Helfe! Nein, nein, nein. Ach, Hilfe. Der läuft nach oben. Weg, hier. Haltzeit, Jungs. So. Und... Da hast du es. Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Was macht der da? Autsch. Volltreffer. Nein, nein. Aua. Der rennt einen komplett über den Haufen, der Junge. Aua. So. Und... Ausschalten. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Ich halte mich mal hier bei den Jungs auf. Oh, ich dachte, der rennt hier vielleicht irgendwie mit um. Huch. So, jetzt liegen sie auf dem Boden alle. Und er kriegt nochmal wieder einen drauf. So. Das Spiel ist vorbei, Joker. Lass Captain Gordon gehen. Ja. Leg die Waffe weg, Freak. Wie wär's, wenn ich dich umlege? Gordon! Na, das nenn ich Weihnachtsstimmung. Tja, ich würde ja bleiben, um mitzufeiern. Aber ich muss Geschenke verteilen, Mistezweige aufhängen und vor Sonnenaufgang noch etwa 15 Wolkenkratzer hochjagen. Tschau! Zum Glück hatten sie ihre Weste an. Er, er hat meine Waffe. Gordon, Joseph. Ich brauche sie, um den Joker zu stoppen. Unsere Hilfe? Du bist der selbsternannte Rächer. Oder reicht dir der eine Mord für heute? Dain hat einen Herzschildstand. Ich habe nur Minuten, ihn zu reanimieren, bevor es zu spät ist. Also, hast du. So arbeite ich nicht. Gehen Sie. Wir töten Bane nicht. Komm schon. Wir holen Bane zurück. Und dann schnappen wir uns den Joker. Sie lassen mir keine Wahl, Mr. Wayne. Sie lassen uns den Joker. Ach du Schande. Ach du Schande ey, was ist er denn für ein Monster? Ich muss hier weg, Entschuldigung, 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 Tut mir leid. Was ist das für einer? Hilfe! Aaaaaaah! Oh Gott! Autsch! Aua! Hilfe! Lass das ruhig. Ah ok, der rennt jetzt hier gemütlich im Kreis. Nein! Oh Gott! Hilfe! Schnell weg! Hallo! Geh da rein! Oh Gott! Was ist das für einer? Hilfe! Ähm, 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 ähm. Was zum Geier passiert denn hier? Ah, jetzt bin ich hier. Ah, hier war ich schon mal. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Was können wir denn hier noch tolles machen? Ja, da ist er. Okay. Ähm, so vielleicht. Jetzt gehen wir hier rein. Sir, Sie haben nur 10 Minuten, bis das TN1 seine volle Wirkung getragen. Ja, ich weiß, Alfred. Ach du Schande. Der Typ macht mich ja fertig. Was sind das hier für Gestalten? Ach du Schande. Hallo Bane. Hallo Bane. Guten Tag. Ach so, hier geht's auch noch entlang. Na ganz toll. Kommt der denn irgendwie mal hier hin? Metallstangen. Was bringen wir denn Metallstangen bitte? Oh Scheiße. Selber Feigling. Du hast hier diese scheiß Droge gespritzt, Mann. Der große Typ jaggt die Fledermaus. Ganz genau. Komm mal hier hin. Nee, komm mal hier hin. Ja. Sehr gut. Ich würde ja vorschlagen, wir gehen. Huch. Hehe. Guten Tag. Fuck. Shit. Ach du Schande. Hilfe. Oh oh. Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh. Was macht der da? Ähm. Ach du Schande. Oh oh. Oh oh. Nein, nein, nein. Tut mir leid, tut mir leid. Ich mach's nie wieder. Den hörste doch hier. Der, der, der stiefelt hier die ganze Zeit rum. Nein, nein. Lass den Schacht in Ruhe. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh Gott. Schade, dass dieser Sensor nicht mehr funktioniert. Hm. Was macht man jetzt? Oh oh. Entschuldigung. Nein, lass das. Ich möchte nicht zerquetscht werden. Hilfe. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Schock. Guten Tag. Was muss ich denn hier machen? Ah. Zack. Ähm. Ja, mach das. Hilfe. Hilfe. Ähm. Da ist so ein Störsender. Oh. Ach, hier kommt man nicht mehr durch, wenn er die eingehauen hat, die Gitter. Das ist ja gemein. Na ganz toll. Vielen Dank auch. Bane. Mann. Hirn statt Muskeln. Oh oh. Hilfe. Ähm. Ach du Schande. Ach du Schande. Was macht er denn da? Pfff. Pfff. Ja, cool. Hier komme ich nicht mehr raus. Schön. Wo ist der Mann? Ach du Schande. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ja. Ach. 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 Oh. Oh. Kann ich wohl. Und wie ich mich hier verstecken kann. Hör mal. Das sehe ich auch. Du Schande, ey. Was machen wir denn hier? Au, aua. Autsch, au, au. Nein, lass das. Aua. Ähm. Guten Tag. Hilfe. Oh Gott. Oh, verdammt. Ah, der hat mich gesehen. Dank nochmal. Schande. Und jetzt... rutschen wir hier rein. Huh? Wie denn? Ach du Schande. Oh. Dachte ich sollte handeln. Das war ja ein toller Tipp, Alfred. Vielen Dank auch. Ja, richtig. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ach du Schande. Was macht der da? Hilfe. Nein, 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 nein. Jetzt mach ich ihn doch... Ich mach ihn doch kalt. Oh. Das schafft er wieder nicht, ne? Du musst überleben, mein Freund. Oh Gott. Das war knapp. Oh, das war richtig knapp. Was ist denn los? Wen darfst du nicht erreichen? Er ist jetzt übermächtig. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Kriegen wir den denn vielleicht hier irgendwo hingelockt? Oh, Mann. Oh, Mann.